Willkommen zurück, lieber Thomas. Willkommen zurück, liebe Herde. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche bisher. Also ich hatte auf jeden Fall eine gute Woche. Der Grund dafür ist relativ offensichtlich. Wir haben ja in unserer letzten Episode über unsere Tops und Flops oder vor allem meine Tops und Flops gesprochen. Und da war ja auch Activision Blizzard dabei. Und gestern kam eben die News, Microsoft kauft ActiBliss. Für, jetzt haltet euch fest, schlappe 69 Milliarden Dollar. Sagen wir 70. Also du hast recht, aber sagen wir einfach 70. Es sind doch nicht mal 69, Felix. Es sind 68,7, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Also das heißt für einen Kurs von 95 Dollar pro Aktie. Je Aktie. Je Aktie, genau. Und das erklärt halt auch diesen gigantischen Kurssprung. Also die Aktie ist ja um locker mal so 30 Prozent gestiegen, weil das ja sozusagen eigentlich ein Free Lunch ist. Und da muss man jetzt mal gucken, wie sich da die Kurse noch entwickeln, bis es dann wirklich soweit ist. Aber es muss ja auch noch von den Aufsichtsbehörden abgesegnet werden. Aber da sehe ich eigentlich keine wirklichen Probleme. Wie geht sowas, ganz kurz, ich möchte dich mal unterbrechen, wie geht sowas dann eigentlich vonstatten? Ich meine, es ist ja nicht so, als kommt da jetzt irgendwie ein Typ von Microsoft, der da einen Koffer auf den Tisch legt, wo ein paar gestapelte Schecks, eine Milliarde drin sind und zieht wieder ab. So ungefähr doch. So läuft es ab. Also das wird halt wirklich Cash bezahlt. Okay. In diesem Fall, weil Microsoft natürlich auf der Kohle sitzt. Wieso, weshalb, warum? Also wie sie jetzt sozusagen zu dieser Entscheidung gekommen sind, keine Ahnung. Ich saß da leider nicht mit am Verhandlungstisch. Schade eigentlich. Du hast da so Connections in die Spielebranche. Was ist da passiert? Ja, da haben sie mich irgendwie nicht gefragt. Wahrscheinlich wollten sie mich überraschen. Gruß geht raus an Börek, du weißt, wer du bist. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Deal aus meiner Sicht schon ein smarter Move ist, weil das ist ja so ein bisschen die Frage, die man sich jetzt stellen muss. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und wir haben das ja in der Vergangenheit oft schon erlebt, dass gerade in der Spielebranche, in der Gaming-Branche, dass so Zusammenschlüsse eigentlich nichts gebracht haben. Und dann irgendwie viele der zubekauften Studios eben dicht gemacht wurden. Dementsprechend muss man sich natürlich die Frage stellen, was ist der Plan von Microsoft? Meine Idee, wenn ich Microsoft wäre, wäre wahrscheinlich zu versuchen, Sony irgendwie noch ein bisschen Geld dafür abzuknöpfen, dass sie so Sachen wie Call of Duty und Overwatch weiterhin auf ihren Plattformen laufen lassen dürfen. Und außerdem über zeitliche Exklusivität oder sowas wie den Game Pass, wenn du da gewisse Spiele drin hast, einfach Spiele abzugrasen von der Konkurrenz. Also kannst du dir sicherlich vorstellen, dass, also wir sind ja beides schon langjährige Gamer. Ja, unsere ersten Call of Duties haben wir vor zwölf Jahren gespielt oder vor 13. Und es war immer ein Hickhack, weil immer in einem Jahr kamen die neuen Maps und DLCs zuerst auf der Xbox raus und im Jahr drauf zuerst auf der Playstation und im Jahr da drauf auf dem PC und keine Ahnung. Und ich denke, Microsoft will das einfach ein für alle mal beenden, zu sagen, hey, ihr kriegt bei uns die DLCs immer drei Monate früher oder sowas. Ja, aber das wichtige Stichwort, glaube ich, was du gesagt hast, ist eher der Game Pass. Also der Game Pass, für die, die es nicht wissen, ist im Prinzip ein Abo-Modell, wo du einfach, wie viel zahlst du? 15 Euro im Monat? Ich glaube, 12,99 oder so. 12,99 und dafür kriegst du eben ein breites Angebot an Spielen, die du einfach downloaden kannst. Also im Prinzip wie Netflix. Und ich glaube, dass das eben auch so der Schlüssel ist, dass sie eben sich wahrscheinlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht haben, was grenzt uns ab von den anderen Tech-Riesen, Apple, Google, Facebook, Amazon und so weiter. Und gerade, wenn man jetzt so auf Google und Apple und Facebook schaut, ist es halt vor allem das Gaming. Amazon scheitert da gerade so ein bisschen. Die haben da viel Geld reingepumpt in ihre Amazon Game Studios. Aber so richtig gut funktioniert hat da bisher kein Spiel. Also New World, glaube ich, haben sie ganz gut verkauft. Aber ist jetzt mittlerweile auch schon wieder so gut wie tot. Und dementsprechend glaube ich einfach, dass Microsoft jetzt sich gedacht hat, wir brauchen einfach diese starken IPs, die schon existieren. Das klappt doch wahrscheinlich deutlich besser, die dann irgendwie im Game Pass zu vermarkten, als jetzt selber zu versuchen, noch eigene Marken aufzubauen. Und das nächste Stichwort ist für mich eben Cloud Gaming. Also auch das ist ja schon ein Riesenthema eben seit ein paar Jahren, dass eben auch Games gestreamt werden. Also, dass man die nicht mehr runterlädt, nicht mehr irgendwie lokal auf der eigenen Maschine laufen lässt, sondern im Prinzip eigentlich nur das Bild kriegt, die Eingaben macht, die Eingaben gehen zurück und so weiter. Da haben wir natürlich noch so mit Latenzen zu tun, aber gerade so in Hinsicht auf 5G, Glasfaser wird das natürlich auch immer besser. Und zumindest für Singleplayer Games oder so für den Casual Gamer, glaube ich, wird das zeitnah wirklich eine Option werden. Interessanterweise haben sie sich mit Activision Blizzard aber keine IPs gekauft, bei denen Latenz kein Problem ist, muss man dazu sagen. Na, ich weiß nicht, WoW ist, ich habe nie viel WoW gespielt. Ja, aber ich meine, da kommt es auch drauf an, wenn du deine Heiltränke die ganze Zeit dauerklicken musst und so. Naja, stimmt schon, stimmt schon, da ist auch Timing auch wichtig. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass dieses Latenzproblem immer geringer werden wird und ja, wahrscheinlich in 5 Jahren haben wir beide wahrscheinlich auch keinen Computer mehr, du vielleicht noch für deinen Videoschnitt. Aber ich habe dann hier irgendwie so ein Dongle irgendwie, wo der Monitor dran hängt und Tastatur, Maus und so weiter und dann werden die Spiele halt gestreamt. Schöne neue Welt, schön wäre es. Ich glaube es nicht, Felix, wir sprechen uns in 5 Jahren zu dem Thema nochmal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wenn du dazu mal meine Meinung hören willst, ja, das können wir auch rausschneiden, aber vor 10 Jahren war das Internet auf dem Höhepunkt. Da hattest du funktionierendes WLAN, da hattest du zuverlässiges Internet, da musst du vielleicht irgendwie einmal im Monat deinen Rooter resetten. Mittlerweile hast du so viele Devices in deinem dreckigen WLAN drin hängen, dass permanent irgendwas nicht funktioniert. Sei es jetzt deine Smart Glühbirne oder deine Smart Watch. Ja, Thomas, aber das ist Home-Bias, ja, also da darfst du jetzt nicht von dir auf die ganze Welt schließen. Doch, je mehr ich mich mit Leuten unterhalte, umso mehr stelle ich fest, dass die alle solche Probleme haben. Je mehr Geräte du hast, umso unzuverlässiger wird's. Also wenn du in Thailand auf irgendeiner Insel am Strand liegst, hast du halt besseres Internet als du jetzt zu Hause. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr in Thailand am Strand liegt, ob eure Smart-Steckdosen funktionieren. Würde mich mal das so. Ja, auch das sind natürlich irgendwo Kinderkrankheiten. Vielleicht dauert's auch noch ein bisschen länger, aber eben diese Kombination aus eben Game Pass plus eben Game Streaming führt halt irgendwo zwangsläufig dazu, dass Microsoft versucht eben für mich, also aus meiner Sicht ist das die Strategie, eben das Netflix des Gamings zu werden. Und da passt diese Akquisition halt doch super rein, muss man sagen. Ja, das ist eine schöne Fantasie, Felix, aber noch mal ganz kurz dazu, Microsoft hat schon öfter versucht, irgendwie in diese Streaming-Medien, was auch immer, Branche Fuß zu fassen. Mit der Xbox One sind sie auch gnadenlos gescheitert, die sie versucht haben, zum Zentrum des Entertainments zu machen. Ja, ich meine, ein anderer Punkt ist natürlich auch Mobile Gaming, also zu Activision Blizzard gehört halt auch King. King hat unter anderem Candy Crush im Programm und täglich hat Activision Blizzard 400 Millionen Spieler, aktive Spieler, wovon eben 240 Millionen auf Candy Crush entfallen. Oder die anderen King-Spiele, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist halt heftig und so kriegen sie halt da eben auch einen Fuß rein in diese Tür und dann machen sie Candy Crush einfach Windows Phone Exclusive und dann muss sie irgendwie versuchen, bei Ebay irgendwie noch ein Windows Phone zu schießen. Nein, das wird natürlich nicht passieren, aber klar, du hast natürlich völlig recht, dass sie bei solchen Dingern natürlich auch gerne mal gefailt haben und da auch einfach Geld verbrannt haben. Also das letzte Ding war eben Mixer, also der eigene Streaming-Dienst, also sowas wie Twitch. Halbes Jahr gelaufen, 20 Millionen allein in die Honorare von Shroud und Ninja gesteckt. Und davor eben halt sowas wie das Windows Phone und so, also die failen natürlich hier und da schon mal, aber so 70 Milliarden, glaube ich, das hast du dir schon ganz gut überlegt, ob du das machst. Ja, ja. Also da sind halt irgendwie 10, 20, 50, 100 Millionen eben wirklich nichts dagegen. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie da weiter machen. Ich habe mich natürlich gestern total gefreut über die gut 26 Prozent plus, die ich dann irgendwie am Ende des Tages dastehen hatte. Also ich war irgendwie 5 Prozent im Minus und am Morgen und am Nachmittag waren es dann eben 26 Prozent plus. Und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Info für die, die eben jetzt die Activision Blizzard Aktie haben. Es ist davon auszugehen, dass die wirklich umgewandelt werden in Microsoft Aktien. Also das wird dann irgendwann passieren, wenn das Ganze eben durch ist und dann bekommt man eben Microsoft Aktien dafür. Zum entsprechenden anteiligen Gegenwert. Ja, genau. Die steht jetzt irgendwo so bei 220 Dollar. Microsoft. Ja, ich glaube, oder? Da bist du fehlinformiert. Die steht bei 270 Euro. Oh, ja, Mensch. Zum Glück habe ich davon. Zum Glück habe ich da ja auch schon mal eine im Depot. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Also es fällt natürlich zum einen die Möglichkeit weg, direkt einfach in Activision Blizzard zu investieren. Andererseits kriegt man natürlich mit Microsoft auch ein super Qualitätsunternehmen mit rein, wo ich mich jetzt persönlich eigentlich freue, dass da dann eben meine Position größer wird und ich im Prinzip sehr günstig an Microsoft Aktien gekommen bin. Und ganz ehrlich, du kannst mir auch erzählen, was du willst. Microsoft ist, ich bin froh für die, ehrlich gesagt. Ich bin wirklich froh. Also was heißt froh? Die Spiele von Activision Blizzard spiele ich persönlich relativ gerne. Sexuelle Skandale einfach mal außen vor gelassen. Aber das sind einfach Spiele, die mich ansprechen. Und Microsoft ist ein Ökosystem, wo ich sowieso unterwegs bin. Und wo ich auch finde, dass die gerade immer so diese soziale Komponente relativ gut hinkriegen. Ob jetzt auf Konsole oder auf PC. Von daher, schöne Sache. Bin gespannt, wie sie es entwickelt. Und wenn sie es schaffen, dann irgendwie vielleicht auch mal nachhaltig Call of Duty bugfrei zu machen und Overwatch wieder zurück on track zu kriegen, dass es wieder Spaß macht. Warum nicht? Ja, ja. Also ich meine, sie tun da ja auch wirklich viel in dem Bereich. Also auch so nischige Sachen. Also Age of Empires 4, was sie ja jetzt neu rausgebracht haben. Dann haben sie ja auch diese Total War Strategiespiele, Apo Release im Game Pass jetzt drin und so. Also sie stellen sich da schon auch relativ breit auf. Und vielleicht, sage ich mal, werden dann auch irgendwo wieder Energien frei bei Activision Blizzard, wo sie dann einfach auch mal wieder ein bisschen mehr experimentieren können. Weil man hat schon so das Gefühl, dass eben unter Bobby Cottage ja eben nur eigentlich so auf die bestehenden Marken irgendwie gesetzt wurde und das halt weitergetrieben wurde. Also ich glaube, wir Gamer können davon an sich auch profizieren. Aktionäre sowieso Microsoft-Aktien im Depot zu haben, glaube ich, ist nicht schlecht. Da gibt es wirklich Schlimmeres. Und ja, wie gesagt, es muss noch durch die Aufsichtsbehörden, also so Kartellgeschichten und so weiter. Aber ich glaube, das sollte klappen, weil sie sind halt dann immer noch nur der drittgrößte Player im Gaming-Markt hinter Tencent auf Platz 1 und Sony auf Platz 2. Sony ist nach wie vor auf Platz 2, ja? Sony ist, ja, ich glaube, da ging es nach Umsatz. Tatsächlich ist Sony da dann immer noch auf Platz 2. Hat sich die Aktie von Sony eigentlich von dem Drop erholt? Die ist gestern auf jeden Fall ein bisschen runtergegangen, ja. Ja, ich meine, Sony ist halt auch mehr als Gaming, muss man halt auch einfach fairerweise so sagen. Ja, klar, natürlich, die haben einen Haufen Elektronik-Gedöns, was da noch mit drin bringt. Und man sieht jetzt heute auch schon wieder, dass so ein bisschen, ja, Leute die Gelegenheit genutzt haben, um reinzugehen. Das ist aber trotzdem, finde ich krass, dass sich das dann doch derart bemerkbar gemacht hat, ne? Ja, klar. Also, du siehst schon, dass die Menschen, auch viele Anleger, scheinbar Sony automatisch mit dem Namen PlayStation verknüpfen. Und wenn sie hören, dass der Konkurrent da irgendwie ein paar der größten IPs absnackt, dann kriegen sie erst mal Schiss. Also, ich finde Sony persönlich ja auch sehr spannend. Weiß nicht, keine Ahnung, wenn ihr wollt, dass wir uns Sony mal genauer angucken, droppt's in die Kommentare und dann gucken wir uns mal an, wie sich da überhaupt so die Geschäftsfelder verteilen, wo da das Geld herkommt, ob da wirklich der Gaming-Bereich so groß ist oder ob sie eigentlich immer noch den Großteil der Kohle mit dem Walkman machen. Nobody knows. Der Walkman wird's nicht sein, ich weiß. Der Walkman. Okay, stark. Cool. Soviel vielleicht dazu in dem Sinne. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, Like, Subscribe und so weiter, bla bla bla. Ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao. Ciao.